Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Schatten des Krieges. Ja, wir sind hier wieder in Noron, ich bin wieder dorthin gereist, denn hier geht's wieder weiter mit Karne, dem wir einige Akkulit besiegt haben und da ein paar Sachen verändert haben. Da geht's jetzt mit dem brennenden Wald weiter, hier direkt in Karne, äh, im Wald von Karne. Ich will haben was, wo du hast. So, schade, nur Mirian. Nicht ganz so spannend. Du wirst mich nicht angreifen. Und du auch nicht. Noch einer. Ups. Haha, geil, wie der den Speer abgibt. Wir rennen dann einfach mal weiter. Yo. Was zur Hölle wollte denn der Karne hier? Hier greifen wir die Sklaven an Karne. Oh, genau das tut er gerade. Sehr gut. Wir machen beide jetzt ein Karne weiter. So. Dann lasst uns einmal loslaufen. Ne, war Gule. Oh, ich sag, es ist ein Gule. Also ganz eindeutig zu sehen, finde ich. Oh, ja. Doch, wenn man sie hier nebeneinander sieht, kann man sehen, das ist gut. Zwischen Gule und Hago auf der Karte. Aber wenn sie eins sind, dann müssen wir sie ganz gerne sehen. Naja, gut. Karne hat zwar ihren Kampf gegen den Ball überlebt, doch jetzt bringen Zox-Akodyten den Krieg zu ihr. Schütze den Karne mit. Okay. Kann mir eine Zeitaufgabe vorstellen. Sie haben es auf Karne abgesehen. Dann müssen wir ihre Totems vernichten. Gut. Reinige die Fähne, die Krümmer an die Ziele. Oder an die Totems, was für Ziele. Ähm, so. Geht's aber nicht so viel. Okay, für den reizt nicht mehr. Aua. Was ist zuhörig? Bist du denn? Ich bin ein Monster. Sehr gut. Der ist gereinigt. Ähm, da ist jetzt erst der nächste. Einen Karrego, aber den brauchen wir nicht. Eigentlich sollte ich keinen Speed einsetzen, weil ich brauch den Speed gleich noch. Ui, das war ein schöner Sprung. Ich finde, der reicht's nicht. So. Stepp. Du. Oh, ich sei ein bisschen. Du. Wie schlimm. Gift für euch. Sehr gut. Du noch? Noch einer? Nein, ich glaube nicht. Okay, da kommen wir dann ständig neu. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Aber jetzt sollten keine neuen danach mehr kommen. Sehr gut. Ich glaube nicht mit euch. Zwei machen jetzt zum Glück keinen Fokus. One auch keinen Fokus. Okay. Das war jetzt nicht so optimal. Gut. Den kann ich ein bisschen vergeigt. Ausweichen. Den ganzen Hinten. Ich glaube, ich bin ein bisschen weg. Aua, schade. Da ist der andere in uns gestorben. Jo, was bist du denn hier? weil ich kann nicht auf zählen, dann muss ich jetzt eben weinen. dann nutze ich dich um dahinter zu kommen, das ist näher dran. okay, wir stellen mal kurz ab. nein, okay, ich wollte nur abstehen. normal. so. ach komm. du hörst auf mich abzuschlagen. du, akumid, hast du auch damit. du. auch. sehr gut. wir sind unterwegs, karen. wir sind unterwegs. geh mal da hoch, wenn es wo unten ist. dann können die auch einfach abschießen. oh, schade. wir sind auf dem Treffen. hier irgendwie ist keiner mehr da gefühlt. doch es sind wieder Leute da. schade. können wir hier nach hinten schon reinhauen. ist ja noch einer dauer. ja. an der zweiten richtung bekommen. und dann können wir uns dort, wo es gereinigt wird. sehr gut. hier leider hat es nicht geklappt. also das feuer wird sich angegriffen. ja, erledigt. wir haben den großen baum gefunden. alle fackelträger zur lichtung. hier machen gar nichts. erst mal drei fackelträger ausgeschaltet. hier haben wir da. Hallo. Was? Ja, come. Ja, das ist schon. Kein Mann, wer ist das? Wir sind dann rein. Oh, wir sind dann drin. Hallo. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Naja komm, dann hört ihr auch mal auf, dann treibt ihr mehr Zeug an, oh ok, so tschüss mit dir, ich muss noch sterben, was willst du denn hier, oh, es ist nicht in Richtung rein, so tschüss mit dir das lässt du mal sein, so und jetzt auch, ich weiß nicht, ist das eine Zeit, die abläuft, oder sind das eine Anzahl an Truppen, die wir hier besiegen müssen, ich kann nicht mehr weiter anklicken, schade Jeden Kammi, so gut却 ich ihn, sie machen, das ist auch nicht mehr so gut, das ist aber auch nicht mehr so gut, Ja, ist es vorbei oder wir haben verloren? Okay, wir haben verloren. Aber müssen wir lang genug über... Wir müssen ja auch mehr töten. Weil wir aber schon unser nötiges Stock schon getauselt konnten. Das ist jetzt nicht, wie wir es besser machen könnten. Also, groß besser machen könnte. Das ist auch nichts. Das musst du nicht. Die stirbst auch. Wir stehen da hinten eigentlich schon wieder drei neue. Oh, komm. Wir sind da drüben schon wieder neu. So, zack. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier gerade besser läuft oder... Mit dir. Und hier tauchen wir jetzt zwei neu auf. Oh, du hast gestern. Du musst auch sterben. Auch. Und tauchen wir jetzt zwei neu auf. Das musst du lassen. Wow. Oh, das war's. Wir haben es geschafft. Keine Ahnung, warum es nicht funktioniert hat. Gut. Komisch. Egal. Alles ist verbrannt. Verzehrt. Der Wald ist gerodet. Sie werden nicht zurückkehren. Verflucht ist... Ich geh da hängen mal klein. Ein Pakt unerfüllt erweckt ihr Targorod. Targorod. Targorod ist nicht mehr. Und das dank dir. Gib acht auf Land und Luft. Brüder der Verderbnis halten dämmernd wache. Feuer wacht aus Eis. Ähm, kommt der Balrog so. Wer den Balrog erwecken kann, wird er sein Leibeigener. Und seine Macht wird ihm gehören. Wir müssen ihn stoppen. Äh, zuerst erregt aus. Nur durch Sam. Was heißt das dann? Du wirst uns nicht begleiten, nicht wahr? Hm. Der lange Winter ruft meinen Namen. Wir sind nicht bei Gernflot. Doch wie Kannen... Der Wald von Kannen muss Ruhe finden. Kannen muss Ruhe oder wird zu Asche. Der Kreis darf nicht gebrochen werden. Okay. Was? Geht's jetzt? Ja, ist okay. Naja, ist auch schon ein bisschen aus für so eine Hängematte, hm? So, Aufdring erledigt, würde ich sagen. Ich bin jetzt weiter zu Zorg. Ich werde den jetzt hoffentlich besiegen. Oh mein, level up. Ist ja schön. 44 sind wir. Schauen wir gleich mal, was es gibt. Fähigkeiten, was wir jetzt holen können. Wir haben eh bald absolut alles. Wir können jetzt mal einfach nur noch danach gehen, die Sache alle fertig voll zu machen. Was wollen wir nicht? Hm. Was die haben hier? Hm. Ui. Das würde ich gerne auch mal ausprobieren, statt die Beherrschung. Bei Beherrschung werden wir doch relativ selten. Dann hab ich noch wieder was gefunden, was uns was bringt. So, wir schauen mal. Also, middle up escape ist einfacher. In die Aufträge. 78. Feuer aus dem alten Sinn. Noch nicht fertig. Ziemlich sicher nicht. Ich glaub hier waren wir bei 66. Jetzt sind wir bei 78. Da kommt noch ein paar. Also, zurück nach Serigost. Obwohl, Belohnung verbessert und Aachenwärtschern. Dann sind wir fertig danach. Dann ist doch die letzte. Also, ab nach Serigost. Das ist eine Quest, also eine obere Schilder. Okay. Let's go. So, ich hab übrigens mal so blöd durchge... Also, ich hab überlegt, wie lange brauchen wir überhaupt noch. Wir sind hier jetzt im Juli. Wenn ich richtig liege. Müsste jetzt hier grad Juli sein. Wenn ihr das hier seht. Und das bedeutet, wir sind jetzt bei etwa 85% des Spiels. Also, wenn wir noch. Ich schätze. Mal bis. Auf jeden Fall Ende der Sommerferien brauchen. Also, im August auf jeden Fall noch. Ähm. Denk ich mal. Wenn es zumindest so weiter geht mit den Prozentzahlen. Wenn wir jetzt in den letzten 5 Folgen hatten wir jetzt noch 10% geschafft. Das heißt, äh. Schauen wir mal. Vielleicht. Aber wir sind eigentlich mit Aufträgen bei Basically durch. Also, fehlt eigentlich nicht mehr viel. Und diese ganzen anderen Sachen. Diese ganzen, ähm. Tugenden. Der Elben. Und um die müssen wir uns noch kümmern. Und dann die Champions. Hier ist das altes Bild von einem der Champions. Würde der Champion auch in Serregor zu sein. Ja. Das ist auch nicht mehr echt lang hier. Ah. Ich glaube, er hat aus. Er hat auf mich gehört. Ich meckere und schon zerfällt. Sehr gut. Da sind wir in Serregor. Sehr gut. Feuer aus dem Eis. Ich denke, wir teleportieren uns aber, wenn das möglich ist. Das ist das hier. Ja. Wir teleportieren uns auf jeden Fall hin. Wenn Zog Targorod erwecken kann, wird er unaufhaltbar sein. Na dann müssen wir ihn töten, bevor er es erweckt. Und was ich eigentlich gerne machen wollen würde. Ich mach's jetzt einfach hier, weil ich glaub, oder fuck. Äh. Ich würde gerne kurz einmal Runen abchecken, ob wir da eigentlich was aufrüsten könnten. Das ist Inventar ist das. Ähm. Ja, genau. Wir können auch was aufrüsten. Okay, leider. Wir haben hier. Eine Rune fehlt. Dann werden wir hier bei zwei Weißen. So, ne. Weiß sind wir schon durch. Wow. Was brauchen wir eigentlich vor allem? Wir brauchen grüne vor allem. Vor allem die grünen Runen brauchen wir. Ich will uns recht. Wir haben drei solche. Wir sind auch auf drei perfekte kommen. Ja. Immerhin nochmal 5% Rüstung mehr. Hier. Gesundheit nochmal. Ah, hier hieß schon einer. Okay. Aber. Gefolgswerte hat einfach nur weniger Schaden. Geht's nicht ganz so richtig. Es sind 30% weniger Schaden. Aber trotzdem ganz nett. Aber maximal Gesundheit erhöht. Äh. Und maximale Gesundheit. Ja, das ist sehr gut. Höter Schaden. Ich weiß nicht. Geld zu kriegen. Nur Höter Schaden. Gut. Gehen wir. Los. Ich hab's doch sogar. Wenn's gekriegt. Los. Jetzt noch mehr. Was war das denn? Was war das denn? Oh, schade. Nur. Geld. Geht. So. Dann liegt noch Geld rum. Ich hab mich eingesammelt. Von einem von denen. die wir gerade getötet hatten. So. Dann haben wir die Mauer. So. Ja, ist okay. So. Let's go. So. Das darfst du nicht zulassen. Na dann kümmern wir uns darum. Das Ritual hat begonnen. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Und wir sind da unterwegs. Wir rufen dich aus deinem Grab. Erhebe dich. Guten Tag. Du wirst das Ritual nicht stören. Schau uns noch mal an, was deine Sachen sind. Noch nicht für Sauron. Er dient in meiner Armee. Einer Legion der Toten. Besser als alle Armeen Vordors. Jeder will sie kommen hören. Denn sie rufen meinen Namen. Sorg. 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 Keiner spricht gerade mit, wenn du das sagst. Nur du sagst das gerade. Sehr viel besser. Also. Wenn wir den jetzt der Episch und Misch gestalten sollten, hätten das jetzt alle anderen sagen. Also so. Sorg. Sorg. Und so sagen sollen. Aber wenn er es alleine sagt, ist das echt. Ist das fast wieder lächerlich. Erst entflammen. Okay. Das müssen wir dann kurz anpassen. Furcht vor Feuer. Das ist auch gut. Schuss hier. Ja. Das war mir klar. Rauchbombe. Scheiße. Zündlich Verletzungen. Giftfest. Wir müssen das umziehen. Charakter. Back to hier. Geist. Back to Feuer. Kannst die Spinnen nehmen. Aber Feuer ist hier in dem Fall besser, wenn er Furcht vor Feuer hat. Machen wir es mal direkt. Dann ist er erstmal rausgenommen. Ich weiß nicht, ob es am meisten Sinn macht, die ganzen Leute hier zu töten. Ach komm. Kann das machen. Ich müsste ich gerade. Ja. Weil die kommen ja alle wieder. Hier. Letztlich. War ich das? Bin ich schnell genug? Ja. Ich war schnell genug. Sehr gut. Das ist mein Leben jetzt fast weg. Ich wollte gerade erdrücken. So. Für den Angriff. Den werden wir ab. Bravo. Wupp. Sehr gut. Hallo. Ich wollte. Ja, ich hätte dich auch gerade. Weiter. So. Kommen wir jetzt um dich. Du wolltest mich gerade angreifen, ne? Das glaubst du auch nur du. Alter. Verletzungen. Gefällt mir nicht. Alter komm. Diese ganzen blöden Jäger. Wir müssen die ausschalten, die Jäger. So. Ich brauche jetzt hier eine Hinterrichtung für ihn. Und ich muss ihn auch nicht ausschalten. Alter. Das ist ja schon wieder ein neuer Jäger. Ja. Auch schon wieder. Au. Komm. Ach komm. Wieso bin ich schon wieder down? Was ist denn das? Mein Ding ist halt... Ach ja. Ich hab noch was. Sehr gut. Ich weiß nicht, macht es Sinn ihn zu töten jetzt? Oder nicht? Ich hab noch nicht in diese Ströme rein. Kann das sein? Die mich die ganze Zeit töten. Habe ich erreicht. Habe ich abgebrochen heute. Ja. Sehr gut. Das heißt, die ganzen Ströme ich immer getötet habe. So. Alles gereinigt. Flug ist vorbei. Jetzt bist du halb. Er ist noch da. Nein, ich kann hier auch mit. Hier einfach abschießen. Bist du alle begiftet? Oh, wie schade. Ich passe jetzt mit... Mitleid mit dir. Oh komm. Oh nö. Nein! Sein letzter Hit. Ernsthaft? Und drüben ja noch Falle, weil ich hätte einfach rüberspringen müssen und dann hätte ich ihn holen können, aber... Er hat sich auch irgendwas auf. Aber das dauert zu lang, glaube ich. Und dann geht es recht. Komm, wenn ich mit der Steine... Weiß nicht. Vielleicht nicht das Ganze wieder noch machen, sondern wenn ich noch bei Zock bin. Das wäre schon... angenehm. Jetzt ist er wieder bei vollem Leben, wäre mir egal. Naja, ist wieder bei vollem Leben. Denk ich, dachte ich mir schon. Haben wir ihn schon zur Verzweiflung gebracht? Wie kannst du sterben, Grafandler? Wenn wir jetzt das mal anklicken. Ja, sonst ist es einfach nur noch entflammbar. Aber jetzt irgendwie ansonsten... Boah. Das war dumm. Heißt doch, wie auch... Dunkler Kader da. Okay. Okay. Jetzt bin ich am Zug. Jetzt bin ich am Zug. So. Ich brauche Elbengeschosse. Da. Na, ich weiß, dass du da zirn bist. Aber... Aua. Wollte doch ausweichen. So. Wie, habe ich jetzt gerade schon wieder Schaden gekriegt? Bin ich in die Dinger reingerannt? Der dunkle Herrscher. Der dunkle Herrscher. Hey, wie... Wie soll ich... Dem ausweichen, wenn er hier... Aua. Hä. Hey. Lol. Wie soll ich ihn klein kriegen? Aber ich habe was. Ich habe eine Hindrischung für ihn. Da ist eine Sache. Da ist eine Sache. Das ist wichtig. In der Schlamm-Wildsch-Bunkl-Kader. Hauptsache ich bin ihm ausgewichen. Schon vergessen, dass ich den Trick kenne? Hör los. Zweck los. Ausgewichen, sehr gut. Ja, komm. Ja, wir haben sie übrigens auch. Für meinen Hindrischung für dich. Sehr gut. Und einen hätten wir auch noch. Kann ich auch nicht so... So. Ich bin ausgewichen. Ausweichen. Nein, das ist alles ausweichen. Ne. Du wurfst jetzt nicht. Aber eigentlich geht es nicht genug von dir. Aber eigentlich geht es nicht genug von dir. Was soll das überhaupt sein? Ja. Du hast noch eine Hindrischung rein. Okay. Ist gleich weit. Vielleicht haben wir ihn. Aber es ist nicht mehr viel übrig. Bei uns auch. Ausweichen. Ach komm. Ich dachte für ein Ausgewichen. Ich dachte für ein Ausgewichen. So, das war die letzte. Vieles nicht mehr. Ey Leute. Ich bin schon wieder... Gleich wäre ich schon wieder komplett weg gewesen. Und ich bin gleich auch schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Kriege ich ihn? So? Bitte was? Haha. Ja moin. Okay, gut. Ja moin. Okay. Nehme ich so mit. Ich glaube das war's. Dann war Kanens Opfer. Nicht umsonst. Ich war jetzt ein bisschen geziesiger. Ich hätte nicht gewusst. Wie ich das fertig machen sollte. Ansonsten. Hab schließlich geschafft. Hm. Neunfussung. Drachmied. Jo. Und. Schau uns Runa an. auch wenn sie scheiß einiges besser unsere alte rune hier das ist die alte rune dabei zerstören und da sind sie neue die von so was war alles noch was gut passt aber das auch abgeschlossen das drachen ein lied ist nett gut was machen wir jetzt sagen wir gehen einmal in die aufträge rein also für die heutige folge ist es schon fertig okay wir sind noch nicht fertig geht mir das morgen noch weiter das machen wir dann beim nächsten mal ich hoffe euch hat dieser part gefallen wenn ihr schreibt mir das ganz in die kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss